Die Vokalkomposition Morning der A Cappella Gruppe Vox One ist der stimmungsvolle Beginn der irischen Komödie Out of the Frying Pan, Into the Fire. Die kontrastreiche Musik Irlands, die fantastische antike Sagenwelt und berühmte Zitate aus dem reichen Werk William Shakespeares. Das sind die Grundbausteine des Projekts von Thomas Held. Die frei nach Homer inszenierte Adaption der Odyssee erzählt die Geschichte des erfolglosen Schauspielers Leo Blümel, der den großen Traum von Hollywood träumt und in der kleinen 100-Seelen-Gemeinde Hollywood im irischen County Wicklow zu sich kommt. Feurige wie melancholische Melodien und viele subtile Pointen begleiten ihn dabei auf dem Weg vom Regen in die Traufe. Out of the Frying Pan, Into the Fire. Also geht es, wie das Sprüche entzieht, geht jedem das, was ihm gezieht. Musik 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 Musik